American Apparel American Apparel ist vor allen Dingen farbenfroh für mich, aber auch die Baumwollstoffe, die so bequem zu tragen sind, sind durchaus nicht zu verkennen. Der heutige Tag war total lustig, hat total viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen war es toll, andere Blogger aus Europa kennenzulernen und das ganze Team hier vom Bon Privé. Alles in allem war es einfach ein toller Tag. In fewer Jahren Und jetzt bin ich. WDR, in diesen Tag haben wir hier etwas über die Gäste bekommen, aber auch ein paar Jahre. In dieser Tag ist der Tag in diesem Tag. In diesem Tag ist der Tag! Die Tag in diesem Tag! Der Tag in diesem Tag!